So Freunde, nach 14 Tagen Krankheit, mal richtig schön erkältet und grippe gehabt, bin ich jetzt ein bisschen wieder durchgegrünt und jetzt bin ich wieder für euch live auf den Videos wieder vorhanden. Also wir haben hier am Rosenweiher, ich stehe hier gerade, wir haben zweimal Besatztage, also sprich heute noch, heute ist Freitag, dann haben wir Samstag und Sonntag zweimal Besatztage, also um 8 und um 12 gehen hier für euch die Goldforellen und die Regenbogenforellen rein. Das Ganze auch drüben in Schmalfeld. Also wisst ihr Bescheid, wir haben ein richtig geiles Programm für euch, richtig schöne Goldforellen sind das, die haben so anderthalb bis zwei Kilo und Regenbogenforellen sind ungefähr 1000 Gramm schwer, also wisst ihr Bescheid, wir haben ein Programm für euch, Wochenende ist safe, das Wetter wird gut, wir haben gute Laune, Martin ist hier für euch, ich bin drüben in Schmalfeld und dann sehen wir uns. Ich bin Imsen, wir sind das Angelresort und jetzt geben wir im Herbst nochmal richtig Gast, Ferienzeit ist Angelzeit und jetzt hauen wir euch nochmal den Fisch um die Ohren, da kommen noch ein paar Highlights wie große Forellen, da kommen große Lachsforellen, da kommen große Regenbogenforellen und wir werden auch die ein oder andere riesige Seeforelle auch schon wieder ordern, also da passiert was, wir gehen jetzt richtig steil in den Herbst rein und dann sehen wir uns, bis dann.